Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast Zeitverbrechen, in dem wir Sabine ganz am Anfang sagen müssen, dass unser Gast sowas von befangen ist. Ja, furchtbar. Also ich muss hier, wenn du dich umdrehst, hier in meinem Arbeitszimmer, siehst du ein Bild von unserem Gast. Ja. Und was hält er in der Hand? Ein Kaventsmann, ein Fisch. Einen riesigen Lachs. Die Szene spielt ganz offensichtlich in Kanada, das kann man im Hintergrundwald und an dem breiten Fluss erkennen. Und er grinst fröhlich in die Landschaft und hält einen riesigen Lachs im Arm und hat ihn ganz offensichtlich soeben erbeutet. Stefan, du bist ein leidenschaftlicher Fischer und dieses Bild hast du mir geschenkt, um deine unglaubliche Fähigkeit, Fische zu fangen, zu demonstrieren. Und jetzt frage ich dich, hast du diesen Fisch gegessen? Ja, natürlich. Ja. Möglicherweise habe ich da auch mitgegessen bei dieser Gelegenheit. Ja, ja, du hast schon einige meiner Lachse verspeist. Diesen Fisch habe ich selber gefangen in Terrace in British Columbia, also in Kanada. Und der wurde dann später geräuchert, sodass ich ihn portionsweise geräuchert mit nach Hause nehmen konnte. Also bei uns ist Stefan Willecke, Chefreporter der Zeit und ein großer und leidenschaftlicher Fischer. Wir reden über eine Frau, die dein Hobby teilt. Die ist ein bisschen spezialisiert, nicht nur, aber sie gilt als eine der prominenteren Karpfenanglerinnen. Kann man sich auf Karpfen spezialisieren? Und was ist daran interessant? Karpfen werden doch eigentlich abgefischt. Da lässt man einfach nur das Wasser ab und dann sammelt man sie ein und isst sie auf. Ja, das waren jetzt zwei Fragen auf einmal. Also man kann sich auf Karpfen spezialisieren. Ich würde es niemals tun. Aber es gibt Leute, die das gerne machen. Und die Frau, Claudia Dager, hat das auch gemacht. Die ist ja quasi Profi-Anglerin, die lebt davon. Und da geht es gar nicht so sehr darum, dass man jetzt die ganze Beute verwerten will, sondern es geht darum, dass diese Fische schwer zu erbeuten sind. Ist das so? Ja, die Karpfen sind relativ schlau. Ach, ich dachte, die sind so dumm. Die beißen überall rein. Nein, nein, die sehen viel dümmer aus als Lachse, sind aber intelligenter. Naja, es geht darum, sie zu überlisten. Und das Zweite ist, Karpfen können natürlich auch hier in heimischen Gewässern enorme Gewichte erreichen und machen dann an der Angel natürlich entsprechend Radau. Du hast ja damals über deinen Artikel, der hieß Karpfenkrimi, eine wunderschöne junge Frau gezeigt mit einem gigantischen Brummer im Arm, der noch viel größer ist als der Lachs, den du damals an der Angel hattest. Ja, leider. Und der Andreas ist gleich ins Netz gegangen und hat sich da, Andreas, was hast du da noch alles rausgefischt? Ja, ja, ja. Also Claudia Dagan nennt sich Influencerin. Sie ist eine Influencerin. Also sie ist in Social Media unterwegs und postet da munter Bilder. Folgst du ihr, Stefan? Nein, nein. Postet munter Bilder und Videos. Sie ist nicht nur in Deutschland unterwegs. Ich glaube, gegenwärtig lebt sie in Frankreich, sondern sie postet auch Videos, wo sie international unterwegs ist. In Tschechien. In Tschechien. Naja. Wo sie international unterwegs ist, in Südostasien, auf Angeltour, auf einem Boot. Und wir erleben eben, und das ist vielleicht das Überraschende, Stefan, ich will dir nicht zu nahe treten, aber das Klischee eines Anglers sind eher so etwas, also mein Klischee eines Anglers. Ich bin weit weg von der Angelszene. Ich möchte hier niemandem zu nahe treten. Wären eher so ältere gesetzte Herren, die in Warthosen auf diesen Klappstühlen sitzen, vor ihnen drei Ruten aufgebaut und die sinnierend, manchmal ein Bierchen trinkend und ein Pfeifchen fachend in die Welt gucken. Und hier sehen wir genau das Gegenteil. Wir sehen eine Frau, die trägt einen Karpfen und hat dabei lackierte Fingernägel und geschminkte Lippen. Eine junge Frau, die mit strahlend weißen Zähnen in die Welt lächelt. Und das ist sozusagen so ein kontraintuitives Bild einer. Auf einem Bild hat sie ja auch bei Sonnenuntergang einen gigantischen Wels oder sowas, den man kaum leben kann. Sag mal so, die Schwanzflosse des Fisches auf die Farbe der Fingernägel abgestimmt. Ja, da siehst du mal, was alles geht. Nein, das ist natürlich, ist sie eine Ausnahme. Also das Klischeebild, das du gezeichnet hast, stimmt natürlich zum Teil zumindest. Also in Warthosen sitzt man nicht auf Klappstühlen. Das ist unbequem. Das ist Quatsch, weil man mit den Warthosen ja ins Wasser geht. Die zieht man ja nicht zum Sitzen an, sondern zum ins Wasser gehen. Aber im Prinzip würde ich dir recht geben, ich bin ja oft genug am Wasser. Du hast es natürlich mit einer männlichen Gesellschaft zu tun, die nicht gerade, also die natürlich eher älter ist als Jünger. Und Frauen sind in dieser Gesellschaft sehr, sehr selten. Ich würde mal ungefähr sagen fünf Prozent, noch viel weniger als bei Jägern. Und insofern hast du natürlich recht, ist so jemand wie Claudia Dager natürlich eine Ausnahmeerscheinung. Eine Sensation. Deswegen ist sie ja auch in so manchen Fernsehtalkshows aufgedrehten, bei drei nach neun zum Beispiel und auch in anderen Talkshows. Sie wird natürlich auch rumgereicht. Nun sitzen wir ja hier in einem Podcast, der heißt Verbrechen. Und wir sitzen nicht im Angel-Podcast. Den müssen wir noch erfinden, den nennen wir Petri High. Genau. Und wir haben auch keinen Podcast, der Blinker und Rute heißt, sondern wir haben einen Podcast, der Verbrechen heißt. Wo ist das Verbrechen und wie bist du auf diesen Fall gekommen? Ja, das Verbrechen ist ja gar kein richtiges Verbrechen, sondern nur ein kleines. Die Claudia Dager wurde mal an der Ausreise nach Südostasien gehindert, bei einem Flughafen in Frankfurt, weil sie angeblich zur Fahndung ausgeschrieben war. Also da traten zwei Beamte auf Sie zu und sagten, Frau Dager, wir können Sie leider nicht in den Flieger steigen lassen. Sie wurden angezeigt. Nicht nur angezeigt, sondern es gab auch Probleme mit ihrer Meldeadresse. Und man hatte das Gefühl, sie wolle sich durch Flucht der Bundesrepublik entziehen. Und der Strafverfolgung. Und der Strafverfolgung entziehen. Aber was hatte sie denn ausgefressen? Das Ganze ging zurück auf eine Sendung von Markus Lanz, wo sie aufgetreten war und wo ein Video von ihr gezeigt wurde, wie sie irgendwo auf Karpfen angelte. Und aus dem Video ging nicht klar hervor, ob sie diesen Fisch wirklich mitgenommen hat oder ob sie ihn lebend zurückgesetzt hat. Und das wäre ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, wenn sie ihn nicht zurückgesetzt hat. Also sie hatte eine Angelerlaubnis und wenn sie den Karpfen mitgenommen, zerlegt und vertilgt hätte, dann wäre alles in Ordnung gewesen. Ja, dann ist alles in Ordnung. Warum ist das in Ordnung und das andere nicht, wenn man sie leben lässt? Das eine ist Nahrungsbeschaffung. Das ist durch die Gesetze gedeckt. Was nicht durch die Gesetze gedeckt ist, ist quasi eine sportliche Betätigung. Du fängst einen Fisch und denkst dir, ja, ach, den setze ich mal wieder rein. Jetzt nehme ich den nächsten und ziehe den ran und setze ihn auch wieder rein. Das nennt man Catch and Release. Und das ist in Deutschland anders als in den Nachbarstaaten nicht gestattet. Also Tierquälerei. Tierquälerei. Und das war auch der Vorwurf. Ja, und die Organisation PETA. Wofür ist PETA eine Abkürzung? People for the Ethical Treatment of Animals, meine ich. Ja, ist eine amerikanische Organisation, die aber auch in Europa viele Ableger hat. Und die sind auf diesen Fall aufmerksam geworden, wie auch auf andere Fälle und haben gesagt, oh Mensch, die Frau Daga ist da in ihrer Szene eine bekannte Frau, die tritt auch im Fernsehen auf, da wollen wir mal ein Exempel statuieren und die zeigen wir an. Da machen wir eine Strafanzeige wegen Tierquälerei. Ja. Es ist ja ganz oft so, in diesen Organisationen, so Tierschutzorganisationen, dass es einzelne Menschen gibt, die das besonders vorantreiben. Und bei der deutschen PETA gibt es auch so jemanden, den hast du getroffen, den hast du besucht in seinem Büro in Stuttgart. Das ist Edmund Haferbeck. Wer ist Edmund Haferbeck? Wie hast du ihn erlebt? Edmund Haferbeck, den kenne ich sogar ganz gut, weil ich ihn später noch ein paar Mal getroffen habe für eine Geschichte über PETA insgesamt. Also formal ist es der Leiter oder war, er ist jetzt in Rente, aber er war der Leiter der Wissenschafts- und Rechtsabteilung. Aber er war natürlich der Kampagnenführer. Das ist ein Mann, der Tag und Nacht erreichbar ist, auch im Urlaub, wenn es um irgendwelche Tierschutzverstöße ging, wenn in Stellen, Massentierhaltung und so weiter irgendwas schief lief. Der hat diese Sachen alle in die Hand genommen und vor allen Dingen, seine wichtigste Waffe war die Pressemitteilung, sofort in den Medien verbreiten, um die Leute anzuschwärzen, um die es geht. Und er hat ganz, ganz viele Strafanzeigen geschrieben, nicht nur gegen Angler, sondern auch gegen ganz andere Leute, Jäger und Zirkusbesitzer und alles mögliche. Landwirte. Natürlich. Deswegen war er natürlich auch die Hassfigur von Rechtsanwälten, die auf der anderen Seite standen. Aber hat er denn nicht recht? Also hat er nicht recht, dass man Fische, die ja unter erheblicher Todesangst dann leiden und Schmerzen erleiden, dass man die da rausfischt, nur weil man jetzt gerade Lust hat, da was zappeln zu sehen und dann tut man es wieder rein und dann meine Tiere sind doch nicht dazu da, damit irgendwelche rücksichtslosen und herzlosen Menschen sich damit einen Spaß machen. Nein, da nehme ich dir zu, ob Fische Schmerzen erleiden, ist eine ungeklärte Frage, aber im Prinzip stimme ich dir dennoch zu, ich würde das auch nicht machen, ich würde nicht auf Fischarten angeln, die ich später nicht mitnehmen und nicht verwerten will. Ich halte das für sinnlos. Aber es ist nicht immer die Schuld der Angler, dass das geschieht. Es gibt auch in Deutschland hier eine ganze Reihe von Leuten, die einzelne Angelstrecken privat haben, dann Angelkarten verkaufen und Wert darauf legen, dass in ihrem Gewässer die Fische zurückgesetzt werden. Das ist quasi illegal, aber es geschieht jeden Tag. Warum? Warum wollen die das? Die haben ja lauter traumatisierte Fische. Ja, die Fische werden natürlich vorsichtiger, weil sie zu viel Erfahrung mit Anglern gemacht haben. Überleben die denn das? Die überleben das, das ist kein Problem, also die meisten zumindest. Aber diese Leute wollen halt kein Geld ausgeben für neuen Besatz und lassen dann lieber die Alten drin, die dann eine ordentliche Größe haben und bei den Anglern natürlich beliebt sind. Ja, ja. Aber ich muss zu deiner Schmerzgeschichte natürlich einen kleinen Kommentar ablassen. Ja klar, der Wissenschaftler spricht. Also, wie findet man raus, ob ein Fisch Schmerz empfindet? Man versucht erstmal herauszufinden, ob er überhaupt Schmerz empfinden kann. Und dazu braucht er sogenannte Nozi-Rezeptoren, die haben wir auch. Also wenn du mit der Hand auf eine heiße Fertplatte fasst, dann melden Sensoren in deinem Finger ans Gehirn, ans Rückenmark ganz schnell. Aua. Und dann gibt es einen schnellen Reflex, du ziehst die Hand weg und danach reibst du dir die verbrannte Hand, also du zeigst auch ein Schmerzverhalten sozusagen. Und haben Fische jetzt Nozi-Rezeptoren? Ja, die haben sie. Also die physiologische Bedingung ist schon mal erfüllt. Zeigen sie sowas wie ein Schmerzverhalten? Ja. Also es gibt Experimente, da hat man Fischen so in die Lippe, nennt man das glaube ich auch bei Fischen, so eine Substanz gespritzt, die sowas ähnliches hervorruft, wie wenn wir Brennnesseln anfassen. Also so ein unangenehmes, fast schmerzhaftes jucken. Und siehe da, die Fische reiben ihre Schnauze dann an Steinen und so. Die haben ja keine Hand, mit der sie sich kratzen können. Die Flosse reicht nicht bis vorne, also müssen sie ein Ersatzverhalten zeigen. Das wird gleich noch wichtig. Jetzt ist die Frage, empfinden Fische Schmerzen so wie wir Schmerzen empfinden? Und da kann man mit einem Philosophen antworten, mit Thomas Nagel. Der hat einen berühmten Aufsatz geschrieben, what is it like to be a bat? Wie ist es eine Fledermaus zu sein? Und er sagt darin, naja, wir können uns, wir können zwar die Physiologie ergründen, aber wir können uns nicht vorstellen, wie eine Fledermaus die Welt wahrnimmt. Und genauer gesagt können wir uns auch gar nicht vorstellen, wie jemand anders, ein anderer Mensch eine Farbe wahrnimmt oder Schmerz wahrnimmt. Klar ist nur, Stefan, dass wir als Männer schmerzempfindlicher sind im Durchschnitt als Frauen. Aber wir zeigen es nicht so oft. Ihr müsst ja auch keine Kinder kriegen. Genau, das ist möglicherweise der evolutionäre Hintergrund. So, was ist das Argument der Angler und der Anglerverbände, die natürlich auch die Wissenschaft bemühen? Die sagen, naja, das mit den Rezeptoren ist ja schön und gut, aber wir als Menschen besitzen ein Großhirn, eine Großhirnrinde. Da sitzt unser Bewusstsein. Und die Fische empfinden zwar Schmerz und es ist auch evolutionär sinnvoll, dass sie dem Schmerz weichen, sozusagen ihn vermeiden, aber sie entwickeln vielleicht, weil sie ein weniger komplexes Gehirn haben, kein Schmerzbewusstsein. Das ist, glaube ich, eine Selbstberuhigung. Es gibt auch den schönen Spruch, quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz. Ja, nein, es gibt ja auch das Tierschutzgesetz und das ist ja eindeutig. Du darfst nicht ohne vernünftigen Grund einem Tier Schmerz verfügen. So, und das gilt natürlich auch fürs Angeln und der vernünftige Grund ist dann gegeben, wenn du den Fisch tötest und mitnimmst und aufisst. So, damit kann man im Prinzip die ganze Diskussion an diesem Punkt beenden. Wir wissen, was erlaubt ist und wir wissen, was nicht erlaubt ist und das mag in manchen Nachbarländern, in Frankreich, in Polen, was weiß ich wo, anders sein. In Frankreich frisst man ja auch die Beine der Frösche, also das ist ja nicht unbedingt ein Vorzeigeland. Nein, nein, überhaupt nicht. Aber es ist nun mal hier, innerhalb der deutschen Grenzen ist es so. Edmund Haferbeck ist sozusagen ein Missionar im Sinne dieses Tierschutzgesetzes. Er legt es sehr, sehr streng aus und er zeigt auch jeden, an dessen er habhaft werden kann. Er wird am Anfang jedenfalls ganz viele Leute habhaft. Klaus Augenthaler zum Beispiel. Fußballer. Ja, es gibt viele prominente Fälle. Mehrere Rapper sind dabei. Sido zum Beispiel. Materia. Die sind alle von ihm angezeigt worden und zum Teil auch mit Strafbefehlen belegt worden. 5000 Euro für Materia. Ja, es gibt auch kleinere Summen. Oft bewegt sich das im Hunderterbereich. Zu den Leuten, die sich eine Anzeige von Peter eingefangen haben, gehört auch der relativ bekannte Angler Heinz Galling, der in der NDR Kult-Serie Route raus, der Spaß beginnt, auftritt und dort mit einem anderen Angler durch die Gegend zieht. Aber in diesem Fall wurde die Peter-Anzeige meines Wissens nach abgewehrt. Er hat aber offenbar viel getan, damit das passiert. Wie macht er das denn? Hat er da Detektive oder? Nö, der sieht im Internet, in den sozialen Medien, sieht er die Videos. Die sind nämlich so eitel, diese Leute. Ach, so wie du. Hier, an meinem Schreibtisch. Ja, aber das ist ja nicht öffentlich. Ich breite jetzt mal die Arme aus. So langweilig. Ja, aber diese Leute wollen da irgendwie Bewunderung für und verbreiten dann diese Videos, zumindest bisher haben sie es gemacht, jetzt werden sie ein bisschen geschickter und verbreiten die auf ihren Homepages und auf was weiß ich wo. Und dann guckt sich der Haferbeck die Videos an und hat sofort genug Beweismaterial, um zu sehen, aha, die haben die Fische ja wieder reingesetzt. Oder die haben, das ist auch so eine etwas merkwürdige Einrichtung, die haben am Wettangeln teilgenommen. Das ist ja völlig klar, dass das im Prinzip den Tierschutzgesetzen widerspricht, das Wettangeln. Was ist denn Wettangeln? Also du setzt dich mit vielen Leuten hin an einen See, an einen Teich, was auch immer und ziehst möglichst viele Fische raus und am Ende wird quasi durch das Gesamtgewicht werden Sieger ermittelt. Und wie überleben die Fische das? Gar nicht. Ach, die überleben das nicht? Nein, es sind aber in der Regel irgendwelche Fische, die nicht besonders gut schmecken, Rotaugen oder sowas. Da geht es nur ums Gewicht. Und was machst du damit? Du kannst sie dann natürlich im Tierpark abkippen. Und dann kriegen es da die Seelöwen. Ja, oder wer auch immer. Aber das ist ja eigentlich nicht der Sinn des Ganzen. Es geht ja nicht darum, möglichst viel Gewicht daraus zu ziehen, um es dann notzuverwerten im Zoo. Und deswegen sind solche Veranstaltungen auch immer das Ziel von Herrn Haferbeck gewesen, was ich auch verstehe. Haferbeck weiß aber auch, so Strafverfolgungsbehörden, die gucken sich so einen Fisch an und sagen, ob sich das lohnt. Und darum hat er eine sehr ausgeklügelte Strategie. Er stellt nämlich nicht nur Anzeige, sondern er liefert quasi eine ganze Akte mit ab, oder? Ja, er ist ja durch die vielen Jahre, die er sich mit diesem Thema beschäftigt hat, ist ja auch juristisch kundig. Und er führt dann die ganzen Paragrafen auf, um die es geht. Er führt Beweismittel an. Er macht es den Staatsanwälten einfach, um zu einem Strafbefehl zu kommen. Er ist Jurist, ne? Nein, Jurist ist er nicht. Er hat, ich glaube, Agrarwissenschaften oder sowas studiert. Aber er hat sich in diesem Gebiet total eingefuchst und ist da sehr firm. Und im Prinzip liefert er den Staatsanwälten alles, was sie benötigen, damit sie möglichst schnell zu einem Strafbefehl oder zu einer Anklage kommen. Und er hat ja auch Helfer in der Szene immer gehabt, Whistleblower, also Angler, die andere Angler verpfeifen und sagen, hier, guck mal hier hin, guck mal dorthin. Hatte auch mal eine Tarnfirma, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas mit Angeln war in dem Titel. Und diese Firma war eigentlich nur dazu gedacht, in der Szene sich umzuschauen und entsprechende Sünder zu finden. Angler zu angeln. Angler zu angeln, genau. Darf ich mal fragen, wie geht es eigentlich den Fischen in Deutschland? Geht es den Fischen gut? Haben wir viele Fische, haben wir wenig Fische? Kommt auf die Art an, ne? Beispielsweise den Dorschen in der Ostsee geht es ganz, ganz schlecht. Anderen Fischer, die sind völlig ungefähr. Den Aalen geht es auch schlecht, den Barschen und Hechten und Rotaugen geht es gut, den Forellen so einigermaßen. Das ist sehr unterschiedlich. Die Flüsse werden ja auch begradigt und die Natur nimmt immer weiter ab und das macht natürlich auch den Fischen zu schaffen, ne? Ja, und natürlich die Wasserkraftnutzung. Die Wasserkraftnutzung, diese Kleinstkraftwerke, die gar nicht viel bringen, zerschneiden quasi die Lebensräume und allen Wanderfischen werden dadurch quasi die Möglichkeiten genommen zu laichen. Ja, die Aale, die wieder zu ihren Laichgründen aufsteigen müssen. Wie die Lachse sind die, ja? Und umgekehrt die Lachse, die wieder zurückkehren. Also es ist die quasi fast industrielle Nutzung von Wasserkraft, ist ein Riesenproblem. Das Beste wäre, man würde die ganzen Kleinstwasserkraftwerke verbieten und sagen, wir machen fünf Riesendinger, fünf Megaanlagen und beziehen daraus unsere Wasserkraft. Edmund Haferbeck bedient problemlos die Staatsanwaltschaften und Strafverfolgungsbehörden in der ganzen Republik. Du hast das mal aufgezählt. Duisburg, Hamburg, Würzburg, Schwerin, Regensburg, Aschaffenburg, Dessau, Hildesheim, Bielefeld, Traunstein, Mannheim, Erfurt, Landshut. Man könnte ewig so weitermachen. Die werden alle bombardiert von ihm mit Briefen und guten Ratschlägen. Ja, und noch viel mehr. Ich glaube, der kennt jede Staatsanwaltschaft in Deutschland. Was ist denn mit den Delinquenten? Setzen die sich zur Wehr oder zahlen die? In der Regel zahlen die. Die Prominenten, also wie Klaus Augenthaler, zahlen natürlich sofort, um rauszukommen aus dem ganzen Verfahren. Und die weniger Prominenten, die geben in der Regel auch auf und sagen, okay, dann schick mir halt einen Strafbefehl, dann zahle ich die 300 Euro und dann ist es gut. Und stellen fortan keine Videos von sich mehr ins Netz. Und dann gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Fällen, die die Staatsanwaltschaften nicht weiterverfolgen, weil sie sagen, es gibt kein öffentliches Interesse. Die Beweislage ist zu dünn. Wir haben, weiß Gott, Besseres zu tun, als ein paar Angler zu verfolgen. Und wenn sich jemand wehrt, was passiert dann? Wenn sich jemand wehrt... Dann wird es so gehen wie beim Auto. Wenn du zu schnell gefahren bist, nehme ich an, geht es eben auf die Beweise. Wie kann man nachweisen, dass er es wirklich gewesen ist? Und wie kann man nachweisen, dass dieser Fisch tatsächlich hinterher wieder reingesetzt worden ist? Wenn er behauptet, ich habe den Fisch ja dann anschließend gegessen, ist er aus dem Schneider. Naja, das stimmt. Und es gibt quasi... Das, was du sagst, läuft ja quasi auf eine Hauptverhandlung hinaus. Die gibt es aber nicht, weil die alle vorher einknicken. Es gab einen Fall aus Oberhausen, den ich mir angeguckt habe für diese Geschichte, wo jemand gesagt hat, nein, den Strafbefehl akzeptiere ich nicht. Ich gehe jetzt in die Verhandlung. Und dann hat der Haferbeck zu mir vorher noch gesagt, warten wir mal ab, der wird vorher einknicken. Das macht er nicht. Und er hat recht behalten. Ein Termin war bereits angesetzt bei dem zuständigen Gericht und der Typ ist eingeknickt und hat gesagt, okay, dann bezahle ich den Strafbefehl eben doch. Ja, weil der wäre da hingekommen. Da wären schon 100 Leute von PETA gewesen. Natürlich. Und mit Trillerpfeifen. Und der hätte sich nicht nirgendwo mehr sehen lassen können, weil bösartiger Tierquäler. Und so schlecht finde ich das gar nicht. Naja, und die Angler haben ja inzwischen gelernt. Also du hast das schon angedeutet. Sie posten jetzt ihre Bilder in geschlossenen Facebook-Gruppen. Also es gibt sozusagen ein Darknet der Angler, könnte man sagen. Und die große Frage, die sich mir noch stellt, ist, was ist denn jetzt mit Claudia Dager? Ja, da ist das Ganze auch im Sande verlaufen. Die hatte mal vor, weil sie sich sehr darüber geärgert hatte, eine Art Gegenoffensive zu starten und den Verein PETA anzuzeigen. Es gibt natürlich auch Initiativen, die Gemeinnützigkeit von PETA anzuzweifeln und dagegen vorzugehen. Das gibt es immer wieder. Aber letztlich wird daraus nie was, weil irgendwie vielleicht auch die juristischen Hürden zu hoch sind bei der Gemeinnützigkeit. Oder aber im Fall Claudia Dager eben, weil sie eben auch fürchtete, wenn sie sich jetzt in diese Schlacht mit Peter stürzt, ist sie am Ende die Verliererin. Ja, das ist sie. Jedenfalls in der Öffentlichkeit und mit ihren Followern. Also das finden die Leute nicht gut. Und dann lieber die Sache versanden lassen, kleinkochen, als jetzt auf diesen Zug aufzuspringen und zu versuchen, gegenüber PETA juristisch Recht zu bekommen. Und sie durfte ja auch ausfliegen. Sie durfte ja, nachdem sie da aufgehalten worden ist am Flughafen, ja ausfliegen. Und ihr Rechtsanwalt war auch dabei. Der ist ja auch Fischer. Der gehörte ja auch zur Reisegruppe. Ist immer gut, wenn man einen Rechtsanwalt dabei hat. Jedenfalls Claudia Dager wird nicht so schnell wieder spontan reagieren, wie auf die Frage von Markus Lanz. Wo haben sie denn diesen Fisch gefangen? Dann sagte sie, glaube ich, Schleswig-Holstein und da war sie dran. Deutschland. In einem Video, ich glaube, es ist das Video, wo sie zur Unterschriftenkampagne gegen Peter aufruft, sagt sie ganz deutlich, da angelt sie mal wieder nach Karpfen. Ich stehe hier in Frankreich an einem Fluss. Kann keiner prüfen, ob diese Ufermeter, wo die genau sind. Und am Ende des Videos, nachdem sie zu Unterschriften aufgerufen hat, hat sie ihren Karpfen gefangen. Übrigens magst du Karpfen? Nein, nein, nein. Ich lehne Karpfen sowohl fischereilich als auch kulinarisch ab. Ich habe schon mal einen gefangen, aus Versehen. Und habe den dann gegessen oder versucht zu essen. Das ist schrecklich. Entweder stimmt meine Art der Zubereitung nicht oder mit dem Fisch stimmt was nicht. Denn es schmeckte grausam. Ich habe aber schon mal ein einziges Mal in meinem Leben in einem sehr guten Restaurant in Berlin einen Karpfen gegessen, der lecker war. Da muss ich aber was dazu sagen. Meine Vorfahren kommen ja aus Franken. Und in Franken ist der Karpfen ein Leibgericht und wird an Weihnachten gebacken. Also wie so ein Schnitzel gebacken, zubereitet. Und die Franken setzen ihren Karpfen, wenn sie ihn gekauft haben. Das ist ja jetzt auch wieder umstritten, ob man das überhaupt darf. In die Badewanne. Zu Hause in die Badewanne. Und lassen ihn dort einfach drei, vier Tage durch. Deswegen schmeckte er bei dir so. Jetzt nennt man Moseln. Also der schmeckt nach Moos, wenn du ihn isst. Und wenn du ihn dann in der Badewanne mehrere Tage durchgelüftet hast, dann schmeckt er gut. Und das machen die. Und das aber jetzt auch als Tierquälerei. Mit dem Tierschutz vereinbar ist. Ja, aber ich kenne diese Methode natürlich, aber mich überzeugt sie nicht, weil ich habe auch solche Karpfen schon probiert, die 14 Tage in der Badewanne verbracht haben. Und mir schmecken sie immer noch nicht. Dann waren es vielleicht besonders alte Karpfen. Egal wie alt sie sind. Mich haben vor allem die Gräten gestört. Die sind natürlich, die sind wahnsinnig ausgeprägt. Riesig. Sind fast Knochen. Ja. Und was ich gelernt habe aus deiner Geschichte? Es gibt ein Motiv für Catch and Release bei Anglern, das du noch nicht genannt hast. Es gibt Angler, die mögen keinen Fisch. Ja. Ja, ich kenne auch welche. Stefan. Aber die Fische, die die fangen, kann ich ja essen. Stellst dich hinten an. Danke, dass du da warst. Und der Petri Heil. Der August, mein Mann, war ja auch schon mal mit ihm fischen. Da kann man dann drei Stunden mit dem Stefan still und ohne ein Wort im Boot sitzen. Viel Freude dabei. Jetzt weiß ich auch, warum keine Frauen dabei sind. Wir haben uns aber gut unterhalten. Auch über dich. Tschüss, bis bald. Gut, das Fische schweigen. Ja, vielen Dank.